Fritz Buchloh war ein deutscher Fußballspieler. Der Torhüter absolvierte als Aktiver des VfB Spelldorf von 1932 bis 1936 in der Fußballnationalmannschaft 17 Länderspiele. Er gehörte den DFB-Aufgeboten für die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin und der Fußball-Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich an. Für die Weltmeisterschaft 1934 stand er auf Abruf bereit. Sportliche Laufbahn Er spielte als Torwart in den 30er Jahren für den VfB Spelldorf. Er galt als synergischer Torhüter mit gutem Stellungsspiel und hervorragenden Reflexen. Dabei galt er eher als berechnender Torwart denn als Schomen. Ab der Runde 1927-28 war der Gymnasiast-Torhüter der 1. Mannschaft der Grün-Weißen vom Sportplatz am Blötterweg in Spelldorf. Mit seinem Heimatverein VfB Spelldorf war er bis 1933 in der Bezirksliga Niederrhein aktiv und gehörte dann der zweitklassigen Bezirksklasse als Unterbau der Gauliga Niederrhein mit dem VfB an. Zweimal in den Runden 1934-35 und 1935-36 konnte Buchlum mit seinen Mannschaftskameraden die Meisterschaft erringen und damit den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Gauliga. Aber der Aufstieg glückte nicht. Nach dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere ging er 1937-38 still nach Berlin, um an der Reichsakademie Diplom-Sportlehrer für Leibesübungen zu werden. Nebenbei hütete er das Tor von Hertha BSC. 1938 kehrte er nach Westdeutschland zurück und spielte zum Abschluss seiner Laufbahn bei Schwarz-Weiß Essen. Bei des Essenen gab er am 4. Spieltag der Saison 1938-39 sein Debüt im Spiel gegen den Lokalrivalen Rot-Weiß Essen. Acht Spiele in Folge blieb Buchlum ohne Gegentor. Zum Abschluss der Saison wurde Schwarz-Weiß Essen Vizemeister hinter Fortuna Düsseldorf. Buchlum blieb in 15 Meisterschaftsspielen bei neun Gegentoren. Während der Folgespielzeit kam Buchlum nur noch sporadisch zum Einsatz. Registriert wurden noch drei Einsätze in 18 Meisterschaftsspielen, in denen er drei Gegentore zulassen musste. Bereits am 13. Oktober 1929 stand der junge Torhüter aus Spelldorf in einem Wettbewerbsspiel des Bundespokal im Tor der Auswahl von Westdeutschland. In Dortmund verlor Westdeutschland mit den Angreifern Ernst Kutz-Orrera und Fritz Zepan mit 1 zu 4 Toren gegen Norddeutschland. Nachdem Heiner Stuhlfaut vom 1. FC Nürnberg mit dem Länderspiel am 2. März 1930 gegen Italien seine Laufbahn in der Nationalmannschaft beendet hatte, waren mit Willi Baldkress und Hans Jakob seine Nachfolger gefunden. Der Keeper aus Spelldorf gehörte aber bereits dem Kreis der DFB-Auswahl von Reichstrainer Otto Nerz an und debütierte am 4. Dezember 1932 in Düsseldorf im Spiel gegen die Niederlande im Tor der Nationalmannschaft. Am 11. März 1934 stand er beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg beim 9 zu 1 Sieg im Tor der deutschen Auswahl. Vom 7. bis 19. Mai 1934 nahm er am abschließenden WM-Lehrgang teil, nach Italien nahm Nerz aber nur seine zwei Rivalen Kress und Jakob mit. Buchloh stand für die Weltmeisterschaft 1934 in Italien auf Abruf bereit. Im ersten Spiel nach dem WM-Turnier am 9. September 1934 stand er aber beim 5 zu 2 Erfolg in Warschau gegen Polen im Tor der Länderelf, bei der auf Linksaußen der Flügelstürmer von Wormatis Worms, Josef Fad, sein Debüt gab. Beim 3 zu 1 Erfolg am 8. Mai 1935 in Dortmund gegen Irland führte er als Kapitän die deutsche Elf auf das Feld. Vier Tage später, am 12. Mai, verlor er vor 74.000 Zuschauern in Köln mit 1 zu 2 Toren gegen Spanien. Im Februar 1936 gehörte er dem DFB-Aufgebot für die Zweiländerspiele gegen Spanien und Portugal an. Beim 2 zu 1 Erfolg in Barcelona gegen Spanien hütete der Mann aus Regensburg das deutsche Tor in Lissabon beim 3 zu 1 Sieg war Buchloh an der Reihe. Er wurde aber verletzungsbedingt ab der 56. Minute durch Jakob abgelöst. Im August 1936 nahm er mit der Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Berlin teil. Er stand beim 9 zu 0 Auftakt erfolgt der DFB 11 am 4. August in Berlin gegen Luxemburg im Tor. Bei der überraschenden 0 zu 2 Niederlage am 7. August gegen Norwegen war Hans Jakob der deutsche Torhüter. Im ersten Länderspiel nach der Olympiade am 13. September 1936 in Warschau hütete Buchloh in seinem 17. Länderspiel wiederum das deutsche Tor. Beim 1 zu 1 Remy bildete er zusammen mit Paul Jens, Reinhold Münzenberg, Paul Mayl, Josef Roschinski und Albin Kitzinger dabei die Defensive. In der Nationalmannschaft war er von 1932 bis 1936 in 17 Spielen aktiv. Er gehörte dem Nationalmannschaftskreis aber noch bis zur Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich an. Am 19. Mai, drei Tage nach der Geburtsstunde der Breslau 11, am 16. Mai 1937 gewann Deutschland im Breslau mit 8 zu 0 gegen Dänemark. Stand Buchloh in Berlin bei einem Testspiel einer Deutschlandauswahl gegen Manchester City im deutschen Tor. Er gehörte neben Hans Jakob und Rudolf Raftel dem WM-Aufgebot im Juni 1938 in Frankreich an. Bausenwein notiert in seiner Gattungsgeschichte und Seelenkunde der Torhüter zu Buchloh folgende Passage. Er wird bei Bitter mit 25 Repräsentationsspielen für Westdeutschland, 18 für den Niederrhein, das letzte im Reichsbundpokal am 22. Januar 1939 als Spieler von SW Essen in Bamberg gegen Bayern und drei für Berlin geführt. Nachdem er bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Island zeitweilig eine Trängerstelle innehatte, war er 1949 in einer Partie für die isländische Fußballnationalmannschaft verantwortlich und damit als erster deutscher Trainer nach dem Krieg im Ausland tätig. Buchloh schlug nach seiner Laufbahn zunächst die Verwaltungslaufbahn ein, er litt im Krieg elf Knochenbrüche und war in Frankreich interniert. Danach Sportdiplomat, Verbandstrainer Niederrhein, wo er 1951 den Ländelpokal gewinnen konnte. Vereinstrainer von 1952 bis 1954 in der Fußball-Oberliga West bei Schwarz-Weiß-Essen, Repräsentant einer großen Industriefirma. Bevor er sich mit einem Betrieb selbstständig machte. Im Bund Deutscher Fußballlehrer war er von der Gründungsversammlung am 9. September 1957 in Duisburg 1. Vorsitzender Paul Oswald Vorsitzender Herbert Wiedmeier, Schatzmeister Fritz Buchloh über zwei Jahrzehnte als Schatzmeister ehrenamtlich tätig und wurde 1978 zum Ehrenmitglied ernannt. Auch nach der Gründung der Union Europäischer Fußballtrainer im Jahr 1980 in Wien, gehörte Buchloh dem Präsidium als zwei Vizepräsident und Schatzmeister an. Bei seinem Heimatverein VfB Spelldorf war er auch leitend tätig und wurde zu dessen Ehrenvorsitzender ernannt. Siehe auch Deutschland bei der WM 1934 in Italien Deutschland bei der WM 1938 in Frankreich Deutschland bei der WM 1934 in Frankreich